. Huh? Hi. Hallo. Dag. Was haben wir hier? Eine Leiche, wir haben Blut. Ja. Und Tod und weiblich. Und wer bist du? Jan! Jan was, äh, wer? Jan Köppen. Ich bin Moderator von UPS die Sendung. Uiuiui, so. Tag! Tag! Was machst denn du? Observiere ihr. So richtig observieren? Richtig observieren und warte darauf, dass da jemand rauskommt, hinten aussieht. Was hat er denn eventuell verbrochen? Er steht im Verdacht, wichtige Unterlagen eines Unternehmens mitgenommen zu haben und jetzt an die Konkurrenz zu verkaufen. Zugriff! Untertitelung des ZDF, 2020